Herzlich willkommen im Kaiserin Auguste Viktoria Park. Wir freuen uns sehr, Sie heute wieder mitzunehmen, auf einen Blick hinter die Kulissen. Dieser Park trägt den Namen der letzten deutschen Kaiserin und gehört als einer von sechs Parks in Bad Neuner zum Kernbereich der Landesgartenschau Bad Neuner-Ahrweiler im Jahr 2023. Er befindet sich nördlich der Ahr. In der direkten Nachbarschaft liegt der wunderschöne Danielengarten. Der Kaiserin Auguste Viktoria Park wird zu einer Parkanlage, in der Menschen unabhängig ihres Alters zusammenfinden und in der für jeden etwas geboten wird. Genau diese Philosophie zeichnet den Park aus. Er wird zum Garten für alle. Mit der Errichtung eines Mehrgenerationensspielplatzes für Vitalität und Fitness unterstreicht dieser Bereich der Landesgartenschau seinen besonderen Charakter. Diverse in ihrer Funktion unterschiedliche Sportgeräte stehen hier zur Verfügung und dienen Gesundheit und Kräftigung. Auch der große, bereits bestehende Abenteuerspielplatz wird nochmal an Attraktivität gewinnen. Der Übergangsbereich der Parkanlage in die Innenstädtische Promenade der Georg-Kreuzbeck-Straße rund um die Maria-Hilf-Brücke wird durch die Errichtung einer neuen Brücke über den Mühlenteich großzügiger. Die bisherige getrennte Wegeführung für Fußgänger und Radfahrer wird zusammengelegt und der Weg gleichzeitig seicht, aber stetig bis zur Maria-Hilf-Brücke angehoben, um das starke Gefälle an der Brücke zu entschärfen. Sowohl der Fußweg entlang der Ahr als auch der Radweg bleiben während der Landesgartenschau öffentlich zugänglich. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Herbst abgeschlossen. Wir freuen uns schon heute auf die anschließende Wiedereröffnung des Kaiserin Auguste-Viktoriaparks. Hier wird gespielt, hier ist man aktiv. Pure Lebensfreude für Jung und Alt. Freut euch drauf, ihr Team der Landesgartenschau und natürlich euer Arwin. Freut euch auf die Hand, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.